Wir haben die offizielle Geschichtsschreibung und wir haben eine inoffizielle Geschichtsschreibung. Die offizielle Geschichtsschreibung ist immer öde und langweilig, weil wir spüren, dass ein Puzzletail fehlt. Aber die inoffizielle erzählt dann von Geheimgesellschaften, von Wissen, was unter der Hand weitergegeben wird, wo mutmaßlich Leute wie Leonardo dieses Wissen erforscht haben. Das, was Leonardo gezeichnet hat, ist eine Verdichtung dieses Wissens. Wir haben die Geometrie des Menschen dort abgelegt, dass wir alle so hoch sind, wie wir breit sind. Also unsere Armspannweite entspricht genau der Körpergröße. Leonardo hat einen Kreis gezeichnet zu dem Quadrat und damit stoßen wir schon auf ein uraltes Rätsel. Wir sehen dort, Leonardo ist einem alten Pfad gefolgt, nämlich der Suche nach der Quadratur des Kreises. Das ist eines von drei mathematischen Rätseln der Griechen. Und wenn wir das suchen, die Quadratur des Kreises, können wir einmal finden die Umfangsgleichheit oder die Flächengleichheit. Kreis und Quadrat stehen im Verhältnis der gleichen Fläche zueinander. Die große Pyramide in Gizeh entspricht genau diesem Maß. Die Grundfläche ist das Quadrat und die Höhe der Pyramide ist der Radius eines Kreises, der genau den gleichen Umfang hat, wie das Maß, wenn ich einmal um die Pyramide herumlaufe. Wenn wir in diesem Bild den umfangsgleichen Kreis dazu zeichnen, dann sehen wir, dass er größer ist, als der Kreis, den Leonardo gezeichnet hat. Aber das sind genau die zwei Kreise, die die Blume des Lebens umgeben. Die Blume des Lebens ist ein uraltes mystisches Symbol. Nicht nur in Ägypten ist es noch an einigen Tempelwänden zu finden. Auch in anderen Hochkulturen galt es als heilig. In seiner Gestalt verbirgt sich nichts Geringeres als die Blaupause der Schöpfung. Wenn man die heilige Geometrie einmal verstanden hat, hat man eine Sprache gelernt. Und mit dieser Sprache kann man im Buch der Natur lesen. Egal wo ich hinschaue, alle Ebenen des Universums lassen sich mit der Geometrie beschreiben. Ich zeichne auf weißem Papier, weil ich kein Maß von außen einbringe, sondern dass sich alles aus sich selber heraus entwickelt. Und die Geometrie sagt, ein Zirkel, der sich öffnet, entspricht der Philosophie des Schaffens eines Raumes. Wenn ich also den Zirkel öffne und einen Kreis zeichne, schaffe ich einen Raum. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt der Schöpfungsbericht der Bibel. Und die Erde war wüst und war leer und der Geist Gottes schwebend über dem Wasser. Wir bewegen uns an die Oberfläche der Kugel und tun das, was wir schon können. Wir zeichnen noch einen Kreis. Und das Bild nennt sich dann, die zwei überlappenden Kreise, der erste Tag der Schöpfung. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und wenn ich mir anschaue, wie meine Augen aussehen als Lichtempfänger, könnte ich sehen, dass sie genau diese Geometrie des Lichtes nachvollziehen, um mit dem Licht in Resonanz zu gehen, um sie wirklich empfangen zu können, die Energie. Mit jedem Konstruktionsschritt kommen neue Informationen hinzu und zeichnen so ein sich immer wieder neu entfaltendes, komplexeres Universum. Und wenn wir genau gezeichnet haben, passiert schon ein kleines Wunder. Nämlich der erste Kreis und der fünfte Kreis schneiden sich in exakt einem Punkt, zusammen mit meiner Ursprungsphäre. Und dort müssen wir natürlich hin, noch einmal zeichnen und erhalten plötzlich ein Muster, was in sich perfekt ist. Und das nennt sich Schöpfungsmuster oder Genesismuster, weil es sozusagen die sechs Tage der Schöpfung nachahmt. Wie sieht das räumlich aus? In der Geometrie kann man die Kreise einfach verschieben und erhält plötzlich eine dreidimensionale Form und das Bild eines Toruses. Und damit die Ur-Energieform des ganzen Universums. Wie das Universum gebaut ist und jede Pflanze, jedes Lebewesen, alles nach diesen Mustern existiert. Man kann sich die Chemie angucken, man kann sich die Musik anschauen, man kann sich die Malerei anschauen, alles. Und man kommt immer wieder auf die gleichen Grundstrukturen und die gleiche Sprache. Und dann versteht man auch, wonach haben all die ganzen Philosophen gesucht, auf welchem Pfad sind sie gewandelt. Und dann kommen automatisch Namen wie Leonardo oder Newton oder Kepler, wo das Wissen immer wieder auftaucht, immer wieder an die Oberfläche kommt und immer wieder sich zeigt, um den Menschen zu vermitteln. Schau dir mal das Universum aus einer anderen Perspektive an. In vielen Schöpfungsmythen wird davon geredet, dass am Anfang auch ein Klang da war, ein Wort wie in der Bibel. Das ist ein Motiv, die zieht sich durch viele Mythen. Und vor zweieinhalbtausend Jahren durch Pythagoras wurde das auf eine zum ersten Mal rationale Ebene gestellt. Pythagoras glaubte fest an eine höhere Ordnung der Planetenbahnen und prägte den Begriff der Sphärenharmonie. Dieser Gedanke zog sich durch das Altertum und durch das Mittelalter bis dann vor 400 Jahren Johannes Kepler, das auf eine ganz neue Stufe gestellt hat. Im Jahre 1618 veröffentlichte der Astronom Johannes Kepler sein bedeutendes Werk Harmonices Mundi, die Weltharmonik. Auf den Spuren von Pythagoras beschrieb Kepler eine einheitliche Gesetzmäßigkeit des Universums. Ich fühle mich von einer unaussprechlichen Verzückung ergriffen, ob des göttlichen Schauspiels der himmlischen Harmonie, denn wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister, der Ordnung und regelgemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Mit Computermodellen können wir heute berechnen, dass Keplers Vorstellung von einer harmonischen Ordnung in unserem Sonnensystem nicht nur schöne Träumerei war. Die Planeten unseres Sonnensystems bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Dabei passiert jeder Planet einen sonnenfernsten und einen sonnennächsten Punkt. Gravitationskräfte bewirken, dass die Planeten diese beiden Punkte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchlaufen. Die Überraschung ergibt sich, wenn man diese Geschwindigkeiten der Planeten miteinander in Bezug setzt. 13 von 18 möglichen Proportionen stimmen signifikant mit denen musikalischer Intervalle überein. Offenbart sich hier die Musik der Schöpfung? Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders fairen Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke und so weiter. Also für Goethe und auch in verschiedenen anderen Stellen seiner Dichtung klingt dieses Thema immer wieder an, genauso wie es in der Dichtung eigentlich auch nie verloren gegangen ist. Mit einer eigens entwickelten Software erforscht Hartmut Warm die musikalische Harmonie des Universums. Dabei konnte er Gesetzmäßigkeiten sichtbar machen, die offenbar einer höheren Ordnung entspringen. Geometrische Konfigurationen, die sich ergeben, wenn man die Bewegung der Planeten über längere Zeiträume in Beziehung setzt. So etwas sieht man am besten dann bildhaft. Das ist schwer mit Worten zu erklären. In seinem Modell setzt Hartmut Warm unter anderem die Umlaufbahnen von Planeten zueinander in Beziehung. Dabei erzeugt das Programm in regelmäßigen Abständen und über lange Zeiträume hinweg eine Linie zwischen zwei Planeten. In diesem Beispiel zwischen Erde und Venus. Zunächst erscheint die Anordnung der Linien wenig bedeutsam, doch nach Ablauf von acht Erdenjahren erschließt sich daraus ein klares Muster. Bei dem Tanz umeinander formen Erde und Venus einen Fünfstern. Doch die beiden tanzen nicht allein. Markiert man alle acht Jahre die Position des Mars, also immer dann, wenn sich ein voller Fünfstern zwischen Erde und Venus gebildet hat, zeigt sich, beide Planetensysteme stehen zueinander im Verhältnis von fünf zu vier. Ich meine, man kann natürlich heute nicht mehr naiv sagen, das hätte der liebe Gott so gemacht, aber letztendlich kann man es vielleicht schlauer formulieren, vielleicht ist der Unterschied aber gar nicht so groß. Schon Kepler stellte sich den Aufbau unseres Sonnensystems wie ineinander geschachtelte platonische Körper vor, die zueinander in ganz bestimmten Proportionen stehen. Auch die Forschungen von Hartmut Warm weisen darauf hin, dass sich die Planeten in unserem Sonnensystem nach harmonischen Gesetzmäßigkeiten anordnen. Die Bewegungen von Jupiter und Uranus strukturieren sich im Laufe der Zeit nach der Ordnungsstruktur sechs. Sie bilden ein Hexagramm. Man sieht hier zum Beispiel, dass sich jetzt ein zweiter Sechsstern formt, der sich gegenüber dem ersten etwas verschiebt. Also es ist eben so, dass nichts genauso stattfindet wie vorher. Und jetzt werden wir einen dritten Planeten dazu nehmen, und zwar den Mars. Und jetzt wird bei Mars-Jupiter-Konjunktion immer eine Raumgerade zwischen Jupiter und Uranus gezeichnet. Also je weiter wir nach außen kommen, desto langsamer sind die Bewegungen der Planeten und desto größer werden die Zeiträume, damit es zu einer Figurenbildung kommt. Was wir jetzt sehen, das wird sich auch ungefähr erst tausend Jahren zeigen, was da eigentlich verborgen drin liegt. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Ordnungsstrukturen scheinen wiederum in höhere Ordnungsstrukturen eingebettet zu sein. Lässt man diese Simulation von Jupiter und Uranus noch einige Jahrhunderte weiterlaufen, zeichnet sich verblüffenderweise der gleiche Fünfstern ab, der auch die Bewegungsmuster von Erde und Venus strukturiert. Erstaunlich, denn keiner dieser beiden Planeten ist an der Entstehung dieser Sphären-Signatur beteiligt. Ich gehe einfach davon aus, dass es im Kosmos etwas Schöpferisches gibt. Etwas Schöpferisches, was mehr ist als bloßes Naturgesetz und als bloßer Zufall. Übergeordnete Ordnungsstrukturen aufzuspüren, die nicht räumlich zu sehen sind, sondern erst raumzeitlich, das, denke ich, kann zur Entdeckung führen, auch im Rahmen der Astronomie, also die über das Planetensystem dann natürlich weit hinausgeht. Der Autor von der Kiste Vielen Dank.